Wir sind das Kurt-Sem-Zentrum für laparoskopische und roboterassistierte Chirurgie. Wir laden Sie recht herzlich ein zu unserer Veranstaltung am 10. und 11. März in den Citypark. Im Rahmen dieser Tage werden Kollegen die Möglichkeit haben, fachliche Fragen zu stellen. Wir werden die Ergebnisse unseres Programms darstellen, aber auch Patienten können sich anhand von realen Organmodellen und an dem Computer und dem Roboter selber ein Bild machen, wie die Entwicklungen heutzutage rasant voranschreiten. Wenn der Kopf zum Körper Ja sagt, dann sagt der Körper heutzutage leider nicht selten Nein. Und dann beginnt für viele Paare, wenn die Schwangerschaft ausbleibt, eine Zeit der Frustration, der Enttäuschung und des Wartens. Da wir heute immer älter werden und unsere Familienplanung immer später verwirklichen, macht es dann Sinn, frühzeitig eine sehr gründliche, systematische Abklärung durchzuführen. Das führen wir hier im Universitären Kinderwunschzentrum in Kiel durch. Auf den Patiententagen im Citypark stehen wir Ihnen im Vortrag, aber auch am Ende des Vortrages im persönlichen Gespräch für Ihre Fragen gerne zur Verfügung.